Bevor das Video beginnt, ich wollte nur noch mal mich entschuldigen für die schlechte Videoqualität. Und zwar habe ich das Ganze mal neu ausprobiert über dem PC und das ist halt qualitätsmäßig nicht so stark. Deswegen nimm es mir bitte nicht übel, es war einfach nur eine Probe. Lasst trotzdem ein Like, da würde mich es erfreuen. Und ab geht's rein ins Video. Let's go! Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr es schon am Titel erkennen könnt, habe ich in Fortnite mal wieder einen Sieg geholt. Nach drei Monaten Pause. Leute, ich habe einfach mal nach drei Monaten mir gedacht, ich spiele einfach mal wieder eine Runde Fortnite. Und ja, habe einfach mal nach der vierten Runde einen Sieg geholt. Die Siegesrunde habe ich aber nochmal im Nachhinein aufgenommen, weil ich habe onstream diesen Sieg geholt. Und dadurch, dass öfter mal der Bildschirm so ein bisschen verpixelt war oder verschwommen war, habe ich diese ganze Aufnahme nochmal neu gemacht über Playstation, habe sie mir auf dem PC rübergezogen. Und ich nehme das jetzt quasi im Nachhinein nochmal auf. Leute, das war nur ein kurzer Disclaimer, aber wenn euch das Video jetzt schon gefällt, dann zeigt es mir gerne mit einem Like und dein Abo, würde mich natürlich sehr, sehr freuen und unterstützen. Auf dem Weg zu den 800 Abonnenten, Leute, ganz wichtig. Liked das Video, würde mich sehr freuen. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten rein ins Video. Let's go! So Leute, hier ist jetzt die Runde. Ja, was soll ich sagen. Wie gesagt, das ist im Nachhinein aufgenommen. Man hört jetzt hier auch in der Aufnahme meine Stimme, deswegen kann ich halt dazu öfter mal was sagen. Das Video wird auch pausiert. Also Leute, wenn ihr das Video sehen wollt, ohne Pausierung, ich lade das extra nochmal hoch. Äh, dann gönnt euch das so. Aber das ist dann halt ohne Facecam. Deswegen, aber ja. Äh, ich würde sagen, ich labere nicht so lange drumherum. Wir starten einfach rein. Let's go! Ah, da habe ich mich wieder über einen Spieler aufgeregt. So. Leute, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt einen Sieg hole. Ne, ich lande doch mal hier. Ja, da war ich noch müde. Also, Leute, ich habe dieses Video, ich habe, ich habe heute früh, um 4 Uhr 48 den Stream gestartet. Leute, um 4 Uhr 48 habe ich den Stream gestartet und habe mich einfach in Fortnite reingesetzt. Ich habe davor aber noch ein bisschen Minecraft gespielt. Äh, ja. Leute, checkt auf jeden Fall mein X21 Manu Live, äh, Kanal aus. Der ist auf meinem Kanal verlinkt, äh, in der Übersicht, ganz unten. Da ist auch mein X21 Manu Shorts, aber auf dem bin ich inaktiv. Äh, ja. Leute, checkt den auf jeden Fall aus, lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Also, dann, da, da bin ich jetzt ab und zu, also, eigentlich aktiv sogar live. Deswegen, kommt Rom. Und mich sehr freuen. Leute, schreibt mir mal auch übrigens in die Kommentare, wie ihr hier unten, wie ihr hier unten diesen, äh, blauen Facecam Rand findet. Ich finde den ganz nice. Den habe ich mir von der Crymex geschnappt. Also, das war halt so eine Idee. Da habe ich halt genau den gleichen gesucht. Ja. Und so ist es halt entstanden. Und wer hat gedacht, ich habe genau den gleichen First Try gefunden. Da war noch ein grüner, ein, äh, lilaner und ein goldener. Aber ich habe jetzt erstmal nur den blauen runtergeladen. Deswegen. Von Ansblech war das, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe. Die, ja, diese Waffe ist so ekelhaft, ne? Leute, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr schätzt, mit wie viel Kills ich am Ende rausgegangen bin. Würde mich mal sehr interessieren. Aber nicht schummeln. Ganz wünsch. Guck mal, diese Waffe ist so ekelhaft. Das war ein richtiger Spieler. Der hat sich bei jedem Schiss, hat er sich geheilt. Digger. Ohne HP oder so. Super. Hey, hallo? Hallo. Ja, Leute, da habe ich einfach gelegt. Also wirklich, da konnte ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja, ich hatte so Schiss, ne? Äh, ja. Oh, Gegner. Boah, diese Waffe ist so ekelhaft, ne? Komm, guck mal, du machst 68 Schaden mit Explosionen, Digga. Komm, da haut er jetzt ab. Da, da wollte er mich auseinandernehmen, ne? Hm, nicht mit mir, Junge. Ich habe Reflexe wie ein Löwe. Guck mal, ich habe den da komplett eingebaut. Der hat am Ende gar nichts gepeilt. Der hat auch 9 HP. Ja, stimmt, Digga. Da bin ich einfach aus der Toilette rausgekommen und habe einfach jemanden gekillt, Digga. Natürlich. Boah, Digga. Haha. Digga, das war so geil. Ich habe es richtig gefühlt. Komm, da ist der Toilette raus, Digga. Ja, ist mal tot, Digga. Mach ich ja ganz ehrlich, finde. Da kämp' ich. Ich bin sie cool, Digga. Ich will das halt wieder hoch. Warte. Da ist das dicke Ding. Einfach Kill gestealt. Hat mich es nicht gejuckt. Digga, der... Dieser Typ, wirklich Schießerspieler. Leute, müsst ihr euch mal gleich geben. Der ist so verwirrt, Digga. Er dachte, ich komme aus dem Südosten. Ich weiß nicht, von wo der Arme. Oder aus dem Süden, keine Ahnung. Der Südost. Äh, er dachte, ich komme aus dem Süden, Digga. Hä? Ist der dumm? Ist der dumm? Ich hatte gar nichts gecheckt. Meine Voice Cracks haben auch nichts gecheckt. Das habe ich sogar auch in der Aufnahme gesagt. Also im Stream. Digga, diese Hintergrundgeräusche. Könnte mir auch nochmal einen Vorteil verschaffen, wenn der andere Typ kein Heal mehr hat. Ich habe mich gecheckt, oder? Gegen den war Bildfightersfakt, Digga. Ich habe da gefühlt, äh, 1000 Metz verbraucht. Ich habe sogar über 1000 Metz verbraucht. Ich habe da gefühlt, äh, 10 Metz verbraucht. Ich habe einen Ultrasch, äh, 10 Metz verbraucht. Ich habe eine Art aufnehmen, oder? Ehe, 10 Metz, äh, 10 Metz verbraucht. Äh, 9 Metz verbraucht. Und ich habe uns naher aufgenommen. Da bin ich nervös geworden. Ein Glück hatte verämt. Nervidität, schwanger, hoch 10. Hoch 100? Woher? Woher? Wo's Woher? Woher? Woher?" Ich kann doch hier einfach... und der deutsche 1.500 mits verbraucht er bei diesem fall und einige körperchen tüten da bekommen Oh, da und genau in dem Moment dachte ich, ich wäre tot. Vor allem, weil mich die Zone noch unter Druck gesetzt hat, ne? Ich war richtig überfordert zu dem Zeitpunkt. Ich kann euch hier mal diesen Endclip anblenden aus dem Stream. Okay, Leute, das soll es an der Stelle von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wenn ihr lasst, dann lasst euch gerne ein Like und ein Abo. Da würde mich natürlich sehr, sehr freuen und unterstützen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr auf dem Kanal zu verpassen. Wie gesagt, auch auf dem Weg zu den 800 Abonnenten. Ganz wichtig, Leute. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao, ciao. Ciao.